Hänsel und Grete verliefen sich im Wald, da war es dunkel und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen vom Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Da schaut eine alte Hexe raus, sie lockte die Kinder im Pfefferkuchenhaus. Sie stellte sich gar freundlich, oh Hänsel, welche Not. Ihn wollte sie braten, im Ofen braun wie Brot. Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, ward sie gestoßen von Hans und Gretelein. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Grete aus. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Grete aus. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus. Untertitelung des ZDF, 2020